Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück zu CivCity. Ich bin tatsächlich mit dem Hutschi da. Es hat funktioniert, oh mein Gott, es lebt. Es lebt, yo, ich lebe. Es lebt und der PC funktioniert so einigermaßen. Deshalb müssen wir das jetzt ein bisschen ausnutzen, dass der PC funktioniert. Da ich meine letzten zwei Folgen voll verschossen habe, die, ja, keine Ahnung, ich trottel nicht gespeichert, sondern gelöscht habe, nehme ich jetzt mit dem Hutschi zwei Folgen auf, denn er muss auch ein bisschen was nachholen. Sonst wird das nämlich nichts, wenn der nicht langsam in die Gänge kommt. So, seine Aufgabe ist es jetzt erstmal, sein Verkaufshaus hinzuklatschen. Da ich aber ja keine Ahnung habe, wie er sich das denkt, macht er das gerade selber und ich mache hier in meinem Verkaufshaus ein bisschen weiter. Okay? Oh. Okay? Bist du da? Erlebst du? Oje? 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 Gut, okay. Dann können wir mal hier ein bisschen in die Gänge kommen. Ich möchte... Oh, hier habe ich am meisten da. Ich möchte hier nämlich eine schöne Hicke hinmachen. Dezent uncool mit drei FPS. Da mache ich dann Kies drumrum. Weil ich ein Teil des Aufnahmen funktionieren würde. Das ist die Schild. Da, 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 da. Zack, 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 zack. Ups. Ja? Du musst wenn deine Testaufnahmen funktionieren, aber dann der Reich schräg dich leckt. Weiß nicht, was da los ist. Dein PC nicht meiner? Ich habe... Ja, ja, ist mir klar. Dann haben wir hier drei frei. Dein PC, nicht meiner. Haha, genau. So, drei. Dann haben wir hier. Zap, zap, zap. Zap. Zap, zap. Hast du noch irgendwas nebenbei offen? Ich habe nur TS offen, Minecraft offen und Crips offen. Tja. Das ist nicht. Das ist nur 60. Schicksal. Was soll denn das? Da können wir dann hier ein bisschen Unkraut reinschmeißen. Hier brauche ich noch. Da, 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 da. Hier, Blümlein. So. Ja. Okay, doch, das passt. Okay. Dann hole ich hier mal mein... Jetzt habe ich 140 FPS laut Minecraft. 140 FPS? Ja, laut Minecraft. Geil, läuft bei dir. Lachst du? So, dann machen wir hier das so. Ja, ohne Aufnahme jetzt. Die ist abgebrochen. Aber warte, ich mach gleich weg. Äh, wieder da. Do you know? Ich lass bei mir einfach weiterlaufen. Weil sonst... Ja. Darf ich jetzt mal bitte aufzureihen? So, dann machen wir das so. Ich komme mit diesem scheiß Kürbis nicht klar. Der taucht mir einfach mal zum. Bin total begeistert von dem Kürbis und irgendwie... Und irgendwie... Ja, und du bist rausgeflogen. What the fuck? Ich glaube, ich überlasse den gerade. Kann ich nicht so... Jetzt bist du wieder gestartet. Ich werde mal mit dem Easy reden, ob man vielleicht... Oh, hi. Ob man eventuell hier diese Zimmermanns-Sachen reinmachen könnten. Diese... Wie man dann eben jeden Block einzeln in verschiedenste Sachen machen kann und so. Das wäre eigentlich ganz nice. Ups, wo ist er hin? Ah da. Wäre ganz chillig. Und Huchi joint und left und joint und... Hat vier Minuten schon verbraten und muss jetzt unbedingt ins Bett. Du musst eh ins Bett, Huchi. 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 Du musst ins Bett gange. Sehfix normal und ich will ein Knuschpo. Äh, äh, was? Ein Knuschpo, diese Schoki. Okay. Ein Schoki. Möchtest du dein Leben lang nur noch alles aufnehmen? Mal wehe, du drückst irgendeinen falschen Knopf, dann stürzt das ganze Programm ab bei dir. Dazu. Knuschpo. Ich habe sich das gerade zum zweiten Mal abgeschissen. Auch ein anderes auf. Kack mir eins. Ich nehme Fraps. Ja, Fraps kackt bei mir ab. Also ich liege im Bett, ne? Also, äh, Isi gehst du auch mal in die Bettchen? Ich bin ganz beinahe. Yay. Und ich habe da ein Haar irgendwo. Das habt ihr alle nicht gesehen. Mmh, nom, 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 nom. Ich glaube, ich nehme mir noch ein paar Blümschle. Dann setze ich mir da noch ein paar Blümschle hin. Soll ich dir helfen? Ich habe schon nicht noch ein paar Dias. Ja, hast du welche. Ach, Dias. Hm, läuft. Hage ihm. Wie viel, was machst du jetzt hier nur das Stückl oder was? Äh, jetzt schau mal. Überfordere mich jetzt nicht, okay? Nö. Nö. Ich gehe ins Haus. Ich gehe ins Haus. Für mein Haus. Alter, wie scheint ist der? Komm her. Komm her. Gut, der ist auf dich fixiert. Okay, ich habe eine Enderzeit. Duse. Äh, ja, war cool. Pirli. Vier Herzen. Ich wollte ihn mal angucken. Ich wollte ihn mal... So, wie weit möchtest du haben? Wie groß? Wie möchtest du von wo bis wo? Okay. Ich will mal einen Versuch. Dann grab ich dir gleich. Dann helfe ich dir schnell. Ja, komplett ist gerade. Fünfzehn auf zehn. Vier. 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 So, rüber jetzt. Ja, stark wird es was stehen. Du musst nicht unbedingt die 15 auf zehn komplett einhalten. Du kannst auch noch... Ja, baust du ja eh gerade schief im Grund. Okay. Mit dem Eck hier? Ja, ne? Warte, das... Das soll so, weißt du, so... Einfach quadratisch. Praktisch und gut vor allem. Schmeißt du die Erde rein? Die brauche ich nicht. So. Ich tue mal was essen. Nom, 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 nom. Und ich setze meine Blumen da überall. Blümchen. Margeritten. Dann haben wir noch ein bisschen... Wieso habe ich hier hinten eigentlich kein Fenster hingemacht? Das sind Pfingstrosen. Und was haben wir hier noch? Ah, Löwenzahn. Oh, süß. aus played? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. doom, dum, dum. tot ediyor. Dum, 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 dum. Würden Sie bie sein? 構. ja mein gott werde ich alte warum der sound so laut ist ein garten dahinter verbrachte machen wir hier so machen wir die großen pflanzen nach hinten also wenn wir dann neue leute hier reinholen wo man dann auch noch einen schönen gärtner der kümmert sich dann um die pflanzen dass alle schöne blumen da sind oder was mensch ja freile freilich freilich wird man wie benjamin blümchen aus und das war das jetzt birke oder war das eiche birke hast du jetzt hier ne eiche ne eiche eiche da eiche warte hier also dann machst du das holz und ich bekomme ja genau das ist nicht gerade das ist nicht gleich der mitte sollte ein bisschen anders sein ja nein ich meine jetzt hier warte darf ich jetzt auf dem 10. block mein haus bauen oder soll ich ne kannst du auch machen kannst dann ist halt dann der die wand das ist schon ok ja gut ja ok 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 aber warum machst du jetzt da hier zwei ich frage nicht ich muss bloß am schluss schauen dass das ding gleich ist jetzt mach doch einfach da ist dein buhr maaaann ohja hups weißt du was ich meine das ist nicht gleich ja ich weiss schon das ist absolut nicht gleich hier ist es schön das haben eh gemacht aber das andere ist so durcheinander ich weiss nicht was du da angestellt hast warte mal du machst das schon buhr mach dir hier mal den hier weg so zapp zuverlässig gell ich mach dir die blume hier weg die klaue ich dir zapp in der karten so jetzt gehe ich mal in den tempel und schredde mal kurz die ranken mitnehmen oh schön gewachsen pip 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 jetzt brauche ich die erde die ich weggeschmissen habe sehr schön mir das leben auch schwer machen soo gut alle ranken mitnehmen ich habe zuerst die Frage gestellt ist muss aber ok bitte ich hab dich jetzt nicht gehört ups äh was wollte ich jetzt das ist Müll das ist auch noch Müll die schmeiße ich da mal rein ähm da wollte ich auch noch da haben wir nämlich eine Kiste zum verteilen brr der Lars ist nicht mehr mit dabei deswegen habe ich jetzt nur noch 6 Slots gemacht und ich habe keine ahnung was ich gerade eigentlich ach er der so decke drossel den server so gehen wir dann nach ganz oben und setzen hier mal die ranken die können nämlich dann nach ganz unten wandern so und dann können die naja ums Eck gehen sie leider nicht ist nämlich mein Vorhaben dass die ranken sich nämlich ums Eck verteilen dass das so ein bisschen diesen als modrigen Look kriegt hast du mir vorhin auch Stände gegeben? äh nein ich habe ups au ich trottel bin runter gehüpft anstatt so ne 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 so 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 Tag Tag die Folge ist rum da 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 die Folge ist rum schon dann sorge ich mal vielen dank fürs zugucken schaut auch beim hutschi mal vorbei der kann die klicks brauchen der braucht unbedingt neuen fernseher sag ich schon neuen pc brauchen einen fernseher der tut es halt bald acht jahren sein guten job leisten also gut also und schlecht wieder somit bis zum nächsten mal ja 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 ja